In einem der letzten Videos habe ich euch schon zwei Wege gezeigt, die nicht so gut geeignet sind, um Node.js auf einem Raspberry Pi oder auch Debian Server zu installieren. Daher als positives Gegenstück dazu in diesem Video heute zwei Wege, die ich empfehle und auch wieder wie letztes Mal mit Begründung wieso. Und damit herzlich willkommen zu uLabs, deine Community für IT, Technik und gesellschaftliche Themen. Wer sich schon ein bisschen mit dem Raspberry Pi beschäftigt hat, der mag sich jetzt die Frage stellen, macht das überhaupt Sinn? Denn Python liegt ja hier ziemlich weit vorne, da gibt es viele Bibliotheken, Projekte und auch was Hardware für den Raspberry Pi angeht, kann man sich bei vielem sicher sein, dass Python dort unterstützt wird. Wie so oft kommt es darauf an? Mit Node.js hat es ja Google geschafft, JavaScript, das bis dahin nur im Browser eingesetzt wurde, auf Server und Desktop-Systeme zu holen. Ein großes Ökosystem ist dadurch entstanden und das betrifft natürlich auch den Raspberry Pi. Da hat man verschiedene Bibliotheken, die man auch dort nutzen kann für zum Beispiel GPIO-Pins und ähnliches. Nicht so umfangreich wie Python, aber wenn ihr da bestimmte Bibliotheken benötigt, die sind vorhanden und ihr könnt vielleicht auch schon Node.js oder wollt euch aus anderen Gründen damit beschäftigen, dann warum nicht? Möchtet ihr unabhängig von Raspberry Pi eine Web-Anwendung oder etwas ähnliches entwickeln, dann ist es sowieso letztendlich egal, ob die auf einem Raspberry Pi läuft. Ihr könnt genauso gut auf einem kleinen Server, einem Mini-PC bei euch zu Hause laufen oder irgendwo im Rechenzentrum auf einem virtuellen Server in der Cloud. Das ist dann am Schluss nicht so wirklich wichtig für die Applikation selber. Aber auch wenn du gar nicht selber programmieren möchtest, kann das Node.js-Ökosystem durchaus interessant für dich sein. Es beinhaltet nämlich den Paketmanager NPM und der enthält neben Bibliotheken zum Programmieren auch fertige Werkzeuge, meistens Kommandozahlenprogramme. Ein Beispiel ist Gtop. Das Werkzeug ermöglicht die Überwachung von Prozessor, Arbeitsspeicher und Netzwerk inklusive einer grafischen Konsolenoberfläche. Es geht also in Richtung von Top bzw. Hardtop, aber hat eben noch ein paar mehr Funktionen eingebaut. Das ist über NPM verfügbar, weil es in Node.js geschrieben ist. Da ist jetzt die Auswahl im generellen Vergleich nicht so riesig, aber es gibt da durchaus ein paar nützliche Sachen. Serverseitig gibt es schon mehr Software, die in JavaScript geschrieben ist. Zum Beispiel Etherpad. Das ist eine Web-Anwendung, um mit mehreren Personen in Echtzeit an einem Dokument arbeiten zu können, ohne sich die Änderungen zu überschreiben. Es gibt also verschiedene Gründe, warum das Sinn machen kann und nun zeige ich dir die zwei Methoden, die ich dir empfehlen würde, wenn du Node.js auf dem Raspberry Pi oder auch auf Debian-Servern installieren möchtest. Meine erste Wahl sind Container, zum Beispiel mit Docker. Da ist dein Betriebssystem von der Anwendung isoliert. Du hast die maximale Kontrolle darüber, welche Node.js-Version eingesetzt wird. Und es ist auch kein Problem, falls du mehrere Programme mit verschiedenen Node.js-Versionen betreiben möchtest, denn du kannst hier beliebig viele Container erstellen und anhand von dem Abbild, das da jeweils zugrunde liegt, individuell entscheiden, welcher Container auf welcher Version läuft. Wie man Docker auf dem Raspberry Pi oder auch auf Debian installieren kann, das habe ich in einem eigenen Beitrag schon mal ausführlicher gezeigt. Ebenso Docker Compose. Das ist eine nützliche Erweiterung, um mehrere Container zu nutzen und das kann auch bei einem Container die Handhabung schon deutlich erweitern. Im Docker Hub könnt ihr euch für die entsprechenden Tags entscheiden, die zu eurer Version passen. Da gibt es meist verschiedene Basis-Abbilder, zum Beispiel mit Debian. Da hat man dann die Slim-Variante, die ist ein bisschen kleiner. Die würde ich empfehlen, wenn ihr jetzt nicht euch da so sehr auskennt, dass ihr direkt Alpine nehmen könnt. Das ist zwar noch schlanker, aber da gibt es dann für bestimmte Anwendungsfälle ein paar Einschränkungen bzw. Besonderheiten. Wir befinden uns hier auf einem Raspberry Pi 4, wie ihr sehen könnt, frisch installiert mit einem... Wir gucken hier gerade mal kurz, Debian oder Raspberry Pi OS 11, Bullseye, also die aktuellste Version, mit allen Updates installiert. Docker ist hier ebenfalls schon installiert, wie in dem anderen Beitrag gezeigt und auch Docker Compose, das Plugin, sodass wir das hier verwenden können, um damit das Ganze zu starten. Zunächst legen wir uns ein Arbeitsverzeichnis an mit mkdir, zum Beispiel node-docker und öffnen anschließend diesen Ordner, indem wir jetzt zuerst mal ein Docker-File anlegen. Ich nehme hier Vim, ihr könnt auch einen anderen Texteditor nehmen, eurer Wahl, das spielt gar keine Rolle. Ich habe hier schon was vorbereitet, das findet ihr auch im Portalartikel zum Kopieren, nämlich hier so ein ganz einfaches Beispiel. Wir nehmen die 18er-Version, die ist zum Zeitpunkt der Erstellung die aktuellste LTS und kopieren hier alles im Unterordner App, den wir gleich noch anlegen, indem wir dann Server.js starten, denn wir wollen ja hier als Beispiel einen Webserver anlegen. Nun folgt der Ordner App, den wir anlegen und darin eben die Server.js, in dem unser kleiner Webserver laufen soll. Auch das ein ganz kleines Beispiel, nichts wildes, der startet auf Port 8080 einen Webserver und gibt hier bei jeder Anfrage pauschal so eine kleine Hallo Welt Seite aus. Zu guter Letzt folgt noch das Docker-Compose-File, auch das legen wir mit einem Texteditor eurer Wahl an, Docker-Compose-YAML und fügen hier auch die paar Zeilen ein, die ich hier schon vorbereitet habe, eben einen Dienst definieren, der soll im aktuellen Verzeihnis das Docker-File bauen, noch eine Beschränkung vom Arbeitsspeicher und eben den Port 8080 für unseren kleinen Webserver. Nun können wir auch schon loslegen mit Docker-Compose-Up-Bild, damit ihr das in jedem Falle garantiert baut. Nun würdet ihr das Image herunterladen und den Container anschließend bauen, das dauert ein bisschen Zeit. Nun läuft das Ganze, wie ihr hier an der Meldung Server ist running aus meinem Skript sehen könnt. Da können wir jetzt mal einen Browser aufmachen, gehen hier auf den Hostname, das ist py-Port 8080 und wir bekommen hier diese Beispielseite angezeigt, plus einen Eintrag auf der Konsole, denn das gibt dann immer aus, wenn man hier einen Aufruf macht, heißt, wenn man hier F5 drückt, dann gibt es vier Log-Einträge und damit ist jetzt das Ganze lauffähig. Da können wir jetzt programmieren zum Beispiel. Wenn ihr das Ganze direkt auf eurem System haben möchtet, ohne Docker, also ohne Container dazwischen, dann gibt es die inoffiziellen Paketquellen von Node.js. Das kann für manche Dinge ganz sinnvoll sein, gerade die Kommandozeilen-Werkzeuge, wenn ihr da eben nicht auf Docker setzen möchtet, dann gibt es hier diesen Weg für die einzelnen Versionen. Ich würde euch aber nicht empfehlen, das Ganze hier einfach so direkt an die Bash zu pipen, denn ihr wisst ja nicht, was ist das hier für ein Code, für ein Shell-Code, der da ausgeführt wird. Stattdessen nehmen wir hier mal unseren Raspberry Pi, leihen uns mitkörl hier das jeweilige Skript herunter, hier Node.js 18.sh. Das können wir jetzt mit einem Texteditor zum Beispiel einmal angucken, was macht das hier überhaupt, das eben mal durchgucken, damit das hier nichts Unerwartetes tut, sowie dann anschließend mit der Bash einmal ausführen. Ich mache hier immer gerne Bash-X, damit ich sehe, was der dort eben für Befehle ausführt. Der fügt jetzt eben die Paketquelle zur apt-Repository-Datei hinzu, genauer gesagt in etc.apt-source.list.d. Da gibt es dann eine Node, genau hier, node-source.list, wo der hier die, die wir gerade jetzt hier hinzugefügt haben, einbaut. Wenn wir nun mit apt-show-node.js schauen, ist das eine viel aktuellere Version, als wir sie vom Raspberry Pi bekommen, genau hier die 18er, für die wir uns ja auch entschieden haben. Das können wir nun mit sudo apt-install-node.js installieren, bekommen damit die neue Version und haben das dann global installiert, wie wir das bei jedem apt-Paket her kennen. Nun liefert uns node-version die Version, das passt also soweit. Und wenn wir hier jetzt mal auf dem System schauen, können wir einfach hier jetzt in app die Datei nutzen, nämlich node und dann app-server.js. Dann läuft das Ganze hier auch im Browser, also wie vorher, nur eben jetzt außerhalb vom Container. Wir haben darüber hinaus auch npm bekommen, den Paketmanager, den ich am Anfang schon erwähnt hatte. Bei solchen global installierten Node.js-Paketen kommt noch eine Besonderheit hinzu, die ihr beachten solltet. Da mache ich noch meinen eigenen Beitrag dazu. Das habe ich jetzt mal kurz eingebaut und nun können wir das Paket global installieren, sowie dann anschließend mit dem jeweiligen Befehl starten. Das war es auch schon. Nun mit gtop aufrufen und wir können das nutzen. Genau, Software funktioniert. Ist halt hier, weil sie ein bisschen gesumt ist, sieht jetzt nicht ganz so toll aus. Normal sieht das eher so aus, dann hat man da mehr Platz. Soweit zu zwei empfehlenswerte Wege, um Node.js auf dem Raspberry Pi zu installieren. Schreibt gerne eure Meinung zu Node.js in die Kommentare. Ich verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.